Hallo und töddelü bei Torchlight 2. Ich und der Wayne wieder unterwegs in seinem Keller. Das ist kein Spiel, das sind Re-Live-Aufnahmen aus seinem Keller. Ja, in seinem Keller liegt so ein totes Ding. Ja, ich sollte mal wieder aufräumen. Ah, Quatsch, hat noch Platz. Ja, machen wir erstmal sauber hier unten, würde ich sagen. Jo, dann würde ich es doch so weitermachen, wie wir letztes Mal aufgehört haben. Jo. Und, ähm, falls sich jemand wundert, ich habe meine Sekundärwaffe am Stizzl. Weil, äh, die andere, die ich brauche, kriege ich erst in einem halben Level. Uh, Geld, 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 Geld. Ja. 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 So. So. Wo müssen wir denn hin? I don't know. Ich glaube in die Richtung. Ja, das sieht gut aus. Oh, yeah. Bam. Spüre mein Schwert. Das klingt falsch. Ja, das klingt echt falsch. Sorry. Ähm, ja genau. Ist okay. Der Wayne, der Wayne und ich, äh, haben offscreen gerade so eine kleine Idee geschmiedet. Uh, Geheimraum. Ja. Entschuldigung, mach weiter. Warte mal kurz, bevor du in den Geheimraum stürmst. Ja. Ähm, für alle Leute, die uns zuschauen oder auch nur zuhören, ich weiß es nicht. Ähm, die auch selber im Besitz von Torchlight 2 sind. Hätten wir eigentlich mal so eine Idee, so ein kleines Community Event zu machen. Also, wer Lust hat mitzumachen. Richtig. Der kommentiert mal genau unter diesem Video. Und, äh, ich und der Wayne gäbe dann auf unsere Kanäle bekannt, an welchem Tag und zu welcher Zeit mir das Community Event startet. Ja. Und würdet dann auch auf unserem YouTube-Kanal oder auf unseren YouTube-Kanälen. Ja. Ähm, den Teamspeak-Server nennen, auf dem er natürlich dann mit uns zusammen im Teamspeak sein kann. Mhm. Und natürlich auch, äh, den Torchlight 2-Server, oder besser gesagt, die Partie. Ja. Würdet ihr dann alles auf unsere Kanäle veröffentlichen, dass wir dann einfach mal eine Runde zusammenspielern. Finde ich eigentlich echt cool, die Idee. Ja, doch. Und, äh, wird natürlich auch dann, klar, auf dem Kanal veröffentlicht als neue Folge. Holy crap. Ja. 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 Oh, ja. Äh, gut. Ja. So viel zu dem Thema. Ja. Also, ich find's toll. Ja. Würde mir gefallen. Ja. Hey. 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 Ha, Wayne. Hallo. Ja. Ich bin noch da. Ich dachte gerade schon, ich rede mit mir selber. Nein. Ja, das ist, das wäre nicht das erste Mal. Das kommt vor. Hey. Ha. What the fuck, Alter. So viel ist gerade alles. Etwas, ja. Wow, okay. Spielhinge. Ja. Haben die Gegner sich bei dir gewehrt? Nein. Bei mir auch nicht. So mag ich dich noch. Aber okay. Ah, die wärmen sich. Ja. Dezent. Hey. Okay. Äh. Okay. Man wird ein bisschen. Was sagst du denn zu der Community Idee? Ja, doch. Wäre ich sehr angetan. Ne? Ja. Dann veröffentliche mal auf unsere Kanäle. Tag und Uhrzeit. Mhm. Die TeamSpeak-Date. Und natürlich auch die Date vom, äh, von der Torchlight 2 Party. Ja. Ja. Und dann kann man sich hier ingame einfach mal zusammenfinden und sich via TS miteinander unterhalten. Wäre auch ganz schön. Wer Lust hat und wer Zeit hat, gern eingeladen. Richtig einfach unter dem Video kommentiere. Einfach hinschreibe. Jo, ich hab Bock. Die zwei Chaoten mal persönlich zu treffen. Haha. Naja, persönlich nicht ganz. Aber einfach mal zusammen zu spielen ein bisschen. Ja. Und, ähm. Und, ähm. Einfach unter dem Video mal kommentiere. Sage, ja klar. Hier ich. Und, äh, dann. Bissle, bissle den Kanal beobachte, wann es veröffentlicht wird. Und dann trifft man sich hier ingame. Nö. 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 Tja, ja. Fuck. Du bist halt so still hier. Bisschen knüppeln, ja. Das bin ich gar nicht gewohnt von dir. Ja. Hey, ha. Naja. Hey, ha. Hey, ha. Hey, ha. Es ist keiner mehr da. Egal. Hey, ha. Na, da hast du noch genug. Haha. Ah, hör mal auf. Eine. Komische. Oh. Orange ist da. Nö. Warum? Das ist voll nervig. Du bist auch nervig. Dein Mutter, alter. Hahaha. Oh, da geht's runter. Okay. Wo? Oberhalb. I'm coming. I'm coming. Wow. Ich muss hier neun Gold. Haha. Das lohnt sich. Na ja, klar. Na, hier geht's jetzt zum Großregenten. Äh. Ja. Ja. Dann würde ich mal sagen, eine, oder? Jo. Eine. Und los. So. Oh, der TS kackt auch so ein bisschen ab. Du hast gerade eine leichte Mr. Roboto Stimme. Das ist normal bei mir. Echt? Rauch mal weniger. Oh, okay. Das war jetzt lustig. Nein. Wir müssen jetzt wieder durch das... Komische Poddel hier unten. Echt jetzt? Hier? Ja, aber das ist noch gar nicht aktiviert. Ja, aber das ist noch gar nicht aktiviert. Gib ich ein... Hä? Was? Du musst hier durch? Ja. Hier? Echt? Geht das? Äh, ich probier's gleich mal aus. Aber ich geb erstmal meinem Idiot einen Fisch. Falls doch hier der NT jetzt schon wartet. Oh, ja. Yes, yes. I do. I do. Same. Ja. Wait a minute, äh... Boah, alter Heidring. Man sieht ja mal so madig aus bei mir grade. Ja? Ja. Scheiße. Ja, man. Willst du noch ein paar? Kleine. Ich bräuchte halt kleine. Ach so, kleine hab ich keine mehr. Ich hab grad mal nur... Acht kleine und 58 große. Na. Äh... Der Tunnel verwandelt euer Maulwurf-Biest. Nein. Ja, hab ich auch. Ne? Mein Idiot ist ein Maulwurf-Biest. Krieger-Bestie? Oder... Iiiiiiii... Ach komm, nimm das jetzt. Ach, ich muss nur noch rechtsklick machen. Ja. Idiot. Ja. Entschuldigung. Okay. Okay, eine. Und los. Wow. Wow. Yeah, okay. Das ging schnell. Ja. Was passiert hier? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Na, das sieht nach NTOs aus. Ja. Ja. Und der kommt doch schon. Okay. Ähm... Heiltrank. Oh. Okay. Ähm... Ähm... Ich glaube, ich wechsel doch wieder auf meine andere Waffe, damit ich etwas Abstand gewinne. Ja. Das... Huia... Woha... Hä? Hm? Hm? Wot the fuck? Was? Ich verklopp hier gerade irgendwas anderes. Ja, ja. Der beschwert die Dinger. Macht es dem schade? Ich weiß es nicht. Ich klopfe ein bisschen. Ich mach die hier erstmal kaputt. Ja. Okay. Ich... Ich tue mein Bestes. Ja. Ich kümmere mich in der Zeit mal um den. Okay, ich komme. Ich komme. Wow. Kann ich nicht. Okay, scheiße. Ich gebe alles. Ich gebe alles. Ich gebe alles. Ja, eine. Den kriegt man jetzt auch noch hin. Wuh! Große Tentakel. Große. Au. Tentakel. Was? Ausdruck. Ich bin selber fertig. Ich bin auf mich alleine gestellt. Du stehst nur in der Gegend rum. Echt? Ja. Nein, eigentlich nicht. Okay, Parallelwelt. Lost in Translation. Schon wieder. Okay. Oh, ich mach ihn jetzt alleine fertig. Ich mach ihn alleine fertig. Ich zieh das jetzt durch. Dann mach ihn auch alleine fertig. Es passiert nix. Er steht auch bei mir nur dumm rum. Nee, bei mir agiert er noch. Bei mir gar nicht. Er steht nur dumm rum und ich damage den. Ja, das ist ja schön. Eigentlich ziemlich easy. Going gerade. Bist du low bar. Ja, bei mir ist eher Party angesagt. Oh man. Äh, bei mir ist extrem low bar. Ich schieß die ganze Zeit auf den und es passiert mir gar nix. Okay. Okay. Also bei mir ist es gut Party am Start. Ich trinke mal Kaffee in der Beher. Ah, Kaffee Hard. Nein, Quatsch. Kein Product Day ist mit dir. Die sind immer noch drauf. Easy going. Bei mir ist er gleich down. Ein Handspiele. Ein Handspiele. Bei mir auch. Oh jetzt, jetzt. Oh shit. Dammit. Oder? Nein. Nee, bei mir immer noch nicht. Was? Ja. Das sind die kleine Tiere. Warum sind hier so viele kleine Tiere? Was passiert hier? Ja. Ich hab ein... Really? Bist du jetzt wieder? What the fuck? Okay. Alles klar. Du bist weg. Ich bin nicht weg. Du bist aus meinem weg. Ja. Ja. Du ist aus meinem auch. Oh mein Gott. Was passiert hier? Action. 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 Okay. Oh, oh, oh. Ah. Der Großregen trennt euch alle. What? Really? Oh mein Gott. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Oh. 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 Okay. Wir sind wieder in zwei Welten. Alles klar. Dann würde ich sagen, setzen wir einfach mal hier so einen unfassbar guten Schnitt. Ja, doch. Und sät uns dann vereint wieder in einem Universum. Ja. Alles klar. Bis gleich. Bis dann. Ciao. So. Jetzt hier wieder der Zwischenschnitt aus der Parallelwelte. Wir wolltet eigentlich gerade wieder zurück, aber in dem Moment ist das Pokémon auftaucht. Und das wollten wir euch nicht vorenthalten. Richtig. Also, ich quatsch jetzt mit dem. Ja. 3, 2, 1, los. Ah, Punk! Ha, ha, ha! Der Alchemist, ja! Ich mag das Pokémon, Entschuldigung. Okay. Ja. Ja, der größte Tripper ist ansteckend, ja. Alles klaro! Ja, passt. Danke für die Belohnung. Bestätigen. Ah, ein Portal. Oh, schön. Ich geh mal in die Bossruhe. Ja. Wow. Oh, aber die Bossruhe. Wow. Wow. Oh mein Gott. Wow. Super. Das ist... Ernsthaft? Kann ich das Pokémon verprügeln? Hahaha. Oh, man. Reden wir mal nochmal mit dem Pokémon. Oh. Do you never in? Voll, voll, voll bist du so, äh, Harry Potter, oder? Ja. Das Lispel-Pokémon. Ja, man. Sprachfehler. Das ist okay. Klar. Ich dachte, es ist schon Pokémon. Ja. Ja. Mhm. Oh, Alter. Kann der nicht mal schneller reden? Hahaha. Oh. So ist es auch dem Esterianer der Garten. Ich trinke Kaffee nebenher. Ja. Ja. Das ist ja furchtbar, ja. Hahaha. Vielleicht war er der Verdammungsunmittelbarer ausgesetzt, als er mit dem Alchemisten kämpfte. Ah. Ja, ist gut, Mann. Das ist nicht zu einfach. Hahaha. Oh Gott. Das Lispel-Pokémon ist zu langsam. Hahaha. Ey, das ist wie Snape, Alter. Hahaha. Hahaha. Pokesnape. Jetzt auch für dich im Handel. Hahaha. Hahaha. Als riesen Kuscheltür. Oh Gott sei Dank, er ist fertig. Jetzt hier kurz Belohnung angucken. Alright. Äh. Äh. Steckle. Äh. Ich hätte zwei... Äh. Nein. Hat sich erledigt. Ich hab hier ne Knarre. Die nehm ich selber. Obwohl, warte mal. Kann ich das Inventar jetzt auch aufmachen? Hm. Ah, dammit. Aber man muss sich's jetzt aneinander draus suchen, oder? Ne. Ne. Ähm. Was hast du denn für einen Bogen? Ein Bogen? Äh. Ein ab... Ach, ich weiß nicht, ob wann der war... In zwei Level oder sowas? Ja, ich hab... Bums. Ja. Ich hab jetzt hier einen für 139. Ja, ich hab... Und einen für 152. Ja, ich glaub ich hab auch was mit 150. Okay, dann hol ich mir die Knarre nachher. Ja. Die hat wie viel? 134. Alright. 134? Really? 156. 160. Ah, voll von Arsch. Bräune. Ha! So. Ich verabschied mich aus der Parallelwelt und wir seht uns... Wieder zurück im Enklave. Ciao. Das Zeitloch erwischt mich. Oh mein Gott. Zusammen. In einer Welt. Ja, hat klappt. Das Lispel-Pokémon hat uns... ... sehr gedankt. Naja. Naja. Ja. Ja. Unergbares Scheißvieh. Und dann, würd ich sagen, reden wir erstmal mit der Kommandeurin. Jopp. 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 Und los. Und los. Ich weiß nicht, ob dem Alchemisten bewusst ist, welche Wüstung Ordrax Herz anrichtet. Weiß ich auch nicht. Bestimmt. Naja. Ich hoffe, man kann ihn irgendwie aufhalten, bevor es zu spät ist. Kein Meter. Nö, nie. Ihr sollt also in die Knochen wüsten. Nö. Ich glaube, dabei kann ich euch helfen. Ha! Ja genau. Lach ich ja drüber. Ha! Lutscher. So. Ähm. Ja. Die Bögen... Nimm, nimm deine Knarre. Ja, ich... Nene, die brauch ich ja net. Weil, äh... Ich hab ja schon höhere. Ich guck jetzt einfach, was am Meister Kohle bringt. Von der Viererfation. Okay, nehm ich halt den Bogen und verschärbeln. Ihr werdet anlassen, dass man euch nach Zeri-Fash in der Knochenhüste bringt. Zeri-Bash? Uuh, der Transportmeister. Oh, der Transportmeister aus dem Film Transformer. Was? Hä? Okay. Ah, sorry. Ich verkauf nur kurz den Bogen. Jupp. Ja, ich habe eine neue Quest. I know that. Hi there, Mole. Entschuldigung. Okay. Kann nur weitergehen. Sorry, ich hab zu viel Kaffee. Okay. Äh... Ab zum Transportmeister. Zum Transportmeister. Hier steht. Ja. Ich quatsch mit ihm. Und los. Nach Zeri-Bash. Natürlich, da reisen wir hin. Oh. Los geht's. Los geht's. Sequenz. Schön. Die man bei mir auch nicht sieht. Oh. Tatsächlich. Really? Oh. Wow. Es ist der dunkle Lord. Darth Vader. Ich wusste gar nicht, dass der hier mitspielt. Okay. Scheint so. Okay. Wow. Wo geht er hin? Ich weiß es nicht, aber ich nehm gerade mit 30 Frames auf. Oh mein Gott. Auf meinem Channel sieht man diese Sequenz jetzt. Tatsächlich. Wow. Neue Stadt. Geil. Angerloch. Gleich mal austesten. Und los geht's. Vielleicht kriegt man hier andere Fische. Uh. Nein. Sehr schön. Same Shit. Was? Sehr schön. Hä? Ja. Die Stadt. So. Ja. Sieht gut aus, gell? Ja. Schneist. Schneist doch. Schneist. Schneiser Minelli. Ach egal. Wo ist denn eigentlich unsere Tours? Akt 2. Dam, 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 dam. Doch, ich hab nen Krabbenhai. Den hab ich bisher noch weggefangen. Äh. Ich versuch. Hal der Mault. Ich hab mit irgendjemand geredet. Oh mein Gott. Da ist nochmal ein Pokémon. Ja? I don't believe it. Cool. Ja, guck da. Ja. Sollen wir mit dem reden? Nee. Guck mit doch. Ah, hier sind unsere Truhe. Guck mal. Ah, ja. Äh, ja. Erstmal umgucken, oder? Ja, doch. Wurde ich. Da, da ist Seraphy. Da, du stehst genau daneben, ja. Hm. Ja. Äh. Wegpunktportal? Nein. Okay. Was? Ich hab Schiss, was ich jetzt auf das Pokémon-Click auswesere. Ja. Ja. Das sind alles so... Was hier? Ah, hier unten hat's nochmal nen Auftrag für uns. Ja, jetzt sind alle gleich. Wie geht denn das bitte? Sind das alles Zwillinge, oder was? Ja. Alles klar. Bleibt in der Familie. Das ist Spaß für Jung und Alt. Okay. Da hat ne Ausrufezeichen. Ja, also der hat nochmal nen Auftrag. Hinten ist nochmal nen Händler. Oh, wo, wo, wo. Da ist eine Schlag-mich-Hart-Puppe. Oh, yeah. Oh, yeah. Ah, 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 okay. Da ist nochmal nen Händler. Jep. Losef. Dahinten ist nochmal einer aus der gleiche Familie. Das ist aber ein großer Clan hier. Ah, hier geht's nochmal runter. So, was steht da alles so? Ach, guck an, ne? Äh, das sind die Wächter der Familie. Und nochmal einer aus der Familie. Ja, der Jascha. Ne, das wird so der Opa-Pascha. Haha. Ja. Großvati sein. Mit wem quatsch mit's? Äh, ich würd sagen mit dem Pokémon. Mal gucken, ob das auch nisbildet. Flug-Pokémon? Ja. Und los. Los. Ich hab euch gehört. Warte. Haha. Alter. Die gehen voll ab. Ja, Knochenwüste. Ja. Ja. Okay. Ja. Und jetzt ist die Wächterin des Manas, dem Alchemisten der verlassenen Gewölbe. Oh mein Gott. Warum macht die denn sowas? Von der Sphinx bewacht werden. Ah. Findet die Gewölbe und bringt Sphinx zu euch einzuwenden. War das nicht irgendwo in Ägypten? Hä? Das ist aber nicht sehr realitätsnah. Muss ich dir jetzt mal so sagen. Ja gut, wenn meine Knochen wüste sind. Hm? Das ist fast schon bisschen so wie Unreal Tournament, weißt? Das ist schon bisschen unrealistisch. Unreal Tournament ist schon unrealistisch. Ja. Das ist schon unrealistisch. Ja. Ja. Du hast es angenommen. Alles klar. Ja. Cool. Dann würde ich sagen... Boah, der ist gerade voll. Ja, beenden wir die Folge für heute. Ja, das dürfte jetzt vielleicht sogar ein kleines bisschen kurze Folge sein, aber... Ja. Ja. Ist jetzt auch nicht so der mega Cliffhanger hier, aber... Okay. Dann bleibt's spannend und wir sehen uns in der nächsten Folge. Boah, der ist gerade voll. Boah, der ist gerade voll. Ja. Ich bin super cool. Bis zum nächsten Mal. Alles gut, Leute. Danke schön. Ich bin so süß. Tschau. 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 Schau. 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 Schau.